Wir haben es bisher von der anderen Seite gemacht, dass man quasi nicht von innen nach außen schneidet, sondern von außen nach innen. Und glauben Sie, dass es mit Übungen sinnvoll ist für eine Bäckerei oder dass es schneller gehen würde oder auf jeden Fall sicherer ist, was denken Sie? Ja, sicherer auf alle Fälle. Aber Brezen sind halt nicht alle gleich.